Ja, ich habe meine Ruhe ein bisschen verkackt, das ist natürlich dumm. Weiß man, wie das macht? Achso, hier kann man das anpingen. Angelino-Champion für 3 Sekunden, 6 Angriffsschaden und kommentiert 2 Anfindungen des Schadens gegen Champions in absoluten Schaden. Das Ludenschaden kann ich nicht so gut gebrauchen. Ist doch richtig. Ein Champion, der nicht auto-attacken muss, auf dem Auto-Attack-Mastery spielen. Ja. Ich könnte jetzt gerade hier zu kommen, wenn die Crap gemacht wird. Crap! Oh, guck mal. Spiel doch mit mir. Für nur 10 habe ich, ne? So, ich komme mal hier in die Mitte ganken. Wohin gehen die ja? Super. Sehr schön. Gute Gang! Gekong! Crap! Ah, hier ist die Crap gemacht. Hier ist die Crap gemacht. Ok. Gekong Viewers. Sehr schön Zwei Gangs, zwei erfolgreich Nice Die Leute spielen mit Finde ich gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist doppelt nicht gut Ach man, Jungs Die können jetzt Wir machen kaputt damit Alles klar Einfach drauf gestürmt Sag mir nicht, dass sie noch da drauf geht Auf den Oh ne, will ich nicht drin bleiben Ah, shit Er夾 wieder geworden Halt Wort, 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 Wort Gebt mir ein Wort Geht wieder im Gegenteil Keine Ahnung Nice, good job dudes, oh shit, aber ihr kriegt uns noch alle, oder? Müsst ihr eigentlich noch theoretisch kriegen, good job, also 4 für 2 ist okay, find ich, so, warum willst du jetzt nicht ganken, die pushen gerade rein, wir können hier den Dragon machen, so, Dragon abgechillt, oh, okay, On my way, to paradise Nice Oh, sind ja auch 4, ist uncool No, nö, man böse fail Also, Raka, du bist wieder nicht auf der Höhe Wollt ihr bloß kurz die Erfahrung mitnehmen, ja? Ach, lol, da kommt ein Victor, alles klar Alles klar Den hab ich nicht realisiert, dass der hier kommt Oh, hier ist die Crack gemacht Nope, 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 nope Okay Ja, der voll all in geht, alter Oh, okay Hat keiner gesehen Sehr schön, wir tilten mal den Gangplank aus dem Leben Wollt kommen Schade, hat nur nichts gebracht Schade, schade, Schokolade Na ja, komm Hehehehe Macht mir mit, Jungs? Dankeschön Dankeschön Oh, shit Oh, shit, man Ne, wir müssen uns dann trotzdem fertig machen Dass die Lux halt von der Mitte kommen kann, während die dort rumfighten Und sie nö reagieren, das ist ja gerade unten oder hinten lang da Komm, wir sind wieder eine, zwei gegen drei und gestärbt dadurch Loll ist das nicht Okay, weil die hat Das ist klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Ja, fuck, 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 fuck Ich bin halt viel zu low im aktuellen Leben Ich hab halt kaum Resis bisher Das ist halt shit Das ist halt shit Ich hab'n Kill Wir haben da irgendwas Okay, wir haben es irgendwie geworden Ich verstehe es nicht, aber wir haben gefordert Ja, okay, mach mal Baron Okay, wir rotieren einfach Irrotiert mich aus tatsächlich gerade Nicht aufzuhalten Nicht aufzuhalten Ich stehe einfach nur vorne und tankt das so bisschen mit Garen Und der Rest passiert einfach von hinten Und der Rest passiert einfach von hinten Wird einfach zerrissen von hinten Sehr schön Das war eigentlich ein ganz gutes Team Ich hab'n mich alle reagiert, wenn irgendwas im Also die meisten Meistens haben sie reagiert, wenn irgendwas im Jungle oder ähnliches passiert ist Was offensichtlich zu sehen war Das hat Spaß gemacht Aber der Garen hat's halt Pfff Hat er zwei Kills solo gemacht Bevor irgendwas passiert ist In den ersten 5 Minuten auf der Toplane Ich hab'n Der Gangplank einfach niedergerannt Das war witzig Woo Mastery Upgrade Für Amumu Stell den Können auf die Probe Jetzt muss ich mir Asses verdienen Wenn ich mal ein Minus bekomme gerade